Ich bin jetzt hier auf der Otago Peninsula am Anfang. Ich fahre jetzt gleich Richtung Norden, die ganze Insel hoch zum Albatros Zentrum. Aber hier kann man noch mal einen sehr schönen Überblick über Daniden Hier zu meiner Linken, das ist der Ortsteil Waverley auf dem Hügel. Und ab hier, das ist jetzt Daniden. Das Industriegebiet dort drüben, das ist das Haus daneben. Die ganzen Einkaufszentren, Bunnings, Pack and Save Warehouse, alles hier. Ansonsten alles Einfamilienhäuser, bis auf die City hier unten. Hier ist das große Stadion. Das ist das Forest Bar Stadium. Und hier drüben kommen Hafenanlagen. Da sind wir einmal rum, dort geht die Bucht raus ins Meer. Aber das sind noch 10, 15 Kilometer. Ein paar Charmers, da kommt dann da hinten der Hafen. Oh, das ist Daniden. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017